Kein Filmtrick, sondern bittere Realität. Ein leerer Wassertank stürzt plötzlich vom Dach, direkt auf eine ahnungslose Passantin in Indien. Der Plastik-Wassertank kracht vom Dach und trifft die Frau, doch wie durch ein Wunder wird sie nicht verletzt. Offenbar ist der Tank bereits unten beschädigt und offen. Ein Glück für die Frau. Kurz darauf taucht sie unversehrt aus dem Gefäß wieder auf. Ein Passant eilt herbei und diskutiert verärgert mit dem vermeintlichen Schuldigen. Vermutlich hat jemand den Tank absichtlich abstürzen lassen. Doch zum Glück ist hier nichts Schlimmeres passiert.